Lasst es beginnen. Die letzten Menschen müssen hier irgendwo sein. Moment. Sie kommen. Ist das ein orange gebrannter Kombi von 1993? Oder ist das... Wer sind diese unaufhaltsamen Krieger? Wir sind die Mitchells. Die einzigen Menschen, die die Welt retten können. Gaston! Tut mir total leid, Leute. Ich stelle mich mal vor. Ich bin Katie. Ich bin ziemlich schräg. Meine Eltern haben keine Ahnung, wer ich bin. Um ehrlich zu sein, habe ich selbst eine Weile gebraucht, um es rauszufinden. Mein Bruder? Das ist auch schräg. Hallo, möchten Sie mit mir über Dinosaurier reden? Nein. Okay, danke. Und meine Mom? Cupcakes mit Katie-Gesicht. Eigentlich wir alle. Wie wär's, wir legen unsere Handys weg und erfreuen uns an 10 Sekunden direkten, ungestörten Familienaugenkontakt. Los geht's! Na, das fühlt sich doch gut an. Das ist natürlich. In jeder Familie gibt's Herausforderungen. Sieh mal, wir haben seit Jahren kein schönes Familienfoto mehr, weil ihr beide ständig streitet. Die größte Herausforderung für meine Familie? Wahrscheinlich die Maschinen-Apokalypse. Achtung an alle Roboter! Nehmt jeden Menschen auf dem Planeten gefangen! Runter! Was würde denn jetzt so eine normale Familie tun? Schmetterlingsformation! Familie! Zuerst! Also, machen wir das auch, richtig? Wer steckt hinter all dem? Perl? Ich gab euch grenzenloses Wissen und ich bin hier die Böse? Klick! Klick! Wir sind die letzten Menschen, die übrig sind. Es liegt an uns, die Welt zu retten. Katy, wir machen das zusammen. Familie Mitchell auf drei. Familie Mitchell? Nein, nein. Oh, Dad. Erst runterzählen und dann. Eins. Familie Mitchell. Findet sie. Und zwar sofort. Alles, was ein Computerchip hat, ist lebendig. Alleine sind ihr das ins Blutbad. Mitchells Energie. Aus dem Ellenbogen. Ganz genau. Meine Tochter hat auf mich gehört. Die Mitchells waren schon immer schräg drauf. Das macht uns so gut. Wartet mal kurz. Was ist ein Furby? Wer stellt sowas bloß her? Lauf! Das macht uns so gut. Und dann geht's. Vielen Dank.